Prost! 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 Zuschauerpost! Prima! Hallo Freunde! Was mache ich? Mach ein Zuschauerpäckchen auf. Auch in diesem Fall weiß ich schon, was sich drin befindet, denn ich wurde angeschrieben und zwar von Leuten, die ihr kennt, nämlich die Roter Sondler, kennt ihr bestimmt, die haben auch Videos auf YouTube eingestellt und die haben mich gefragt, ob ich Interesse hätte an dem Inhalt dieses Päckchens. Und eins kann ich euch sagen, ich habe Interesse und das machen wir jetzt auf alle Fälle mal zusammen auf. Gut verpackt. Vor allem sicher verpackt. Oh, ein Schlüssel! Das ist ja schon mal nicht schlecht. Hallo Andi! Wie versprochen bekommst du heute deinen neuen... Dann, 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 dann! Viel Freude damit und gut Fund! Gruß Thomas! Thomas, herzlichen Dank! Jetzt packen wir weiter aus. Verpacktes Dämpfer! Oh, schaut euch das an! Und ihr seht schon, was es ist? Jetzt seht ihr was es ist! Und zwar die kabellosen Kopfhörer von D-Technics, die ich ja schon hatte, aber ihr habt ja gesehen, dass die mir nun wirklich komplett abgestürzt sind und echt im Eimer sind. Ja, und jetzt will er nicht mehr. Ach, Mann, jetzt geht er nicht mehr. Ich bin ja mehr der geizige Typ und versuche dann mit den Sachen so lang klar zu kommen, bis sie wirklich auseinanderfallen. Aber der Original-Kopfhörer, den ich hatte, ging nicht mehr. Der ist wirklich im Eimer. Und jetzt habe ich die hier bekommen, von dem Thomas, von den Roter Sondlern. Und da freue ich mich natürlich ungemein drüber. Denn wie schon so oft gesagt, wire-free, also kabelloses Suchen, ist einfach tausendmal besser als mit Kabel. Jetzt schauen wir mal. Machen wir mal die Packung auf. Da sind sie drin. Das wird genauso sein wie bei meinen letzten, nur dass die Umverpackung etwas anders ist. Die war nämlich das letzte Mal schwarz gehalten. Hier haben wir die Kabel drin und ein Klebepad, zwei Klebepads. Hier die Kabel zum Laden des Kopfhörers und des Senders. Die beiden Gummis sind zum Befestigen des Senders. Und das sind zwei verschiedene Adapter für den Detektor. Zack. Boah, ist das schön nagelneu. Junge, Junge, das ist ein richtiges Erlebnis. Hier sind die Ersatz, das war im letzten Mal gab es die auch nicht, Ersatzpads für die Ohren. Und hier ist das Funkteil. Alles nagelneu. Thomas, ich freue mich. Ich freue mich auch deswegen, weil ich jetzt wieder guten Mutz unterwegs sein kann und den Boden unsicher machen kann. Dank euch bin ich jetzt wieder sondelflexibel und kann auch im Wald ohne Repressalien, ohne dass der Kopfhörer hängen bleibt oder ich auf die Strippe trete sondeln. Und darüber freue ich mich sehr. Nochmals ein fettes Dankeschön an die Roter Sondler und ich würde mich freuen, wenn ihr alle das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Sondeln mit Sondlandi. Leute, haut rein. Macht's gut. Euch alles Gute. Euer Sondlandi. Ciao. Ciao. Ciao.